Real Madrid gegen Celtic Real Madrid gegen Celtic Was mir das Genick gebraucht hat, waren die vielen Tore Das ist schon der Vorsprung Ja, 1. Herbst hat Wahnsinnig zum Spiel So In dieser Gruppe spielt eigentlich auch nur mehr Celtic gegen Rapid um den Aufstieg Beide brauchen Punkte Ich hätte noch nicht gut das so abartig heute Büsst du das David Hetzloff sind und die Verbindung ist Ja, das ist jetzt uncool Was ist das? Ich Pal Ich Leer Was ist das? Oh Schade Bis deiner Zeit, die spielen immer einen Aufstieg mit Auch wenn sie einen schweren Gegner haben Ja, 6.7 könnten reichen Oh Oh Musst du ihn denn? Da kann ich hier keine Karte gehen Du bist du Da Wo ist das? Los aber gefällt mir der welt verstecken verstecken dass sie sich nicht ok was war jetzt Besser Weg-Rammer als ein Hammer. Let me see. Let me see. Oh, schade. Na, das hört sich. Die haben gegen Herr Peter mit dem Schwung jetzt. Nein! Da hätte ich vielleicht selber schießen sollen. Okay. Na, einmal dringend kommt. Nicht wirklich zu viele Chancen. Na, einmal dringend kommt. Nicht wirklich zu viele Chancen. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Ah, bis der den Ball annimmt, ich verstehe, warum wir es in Dortmund nicht wollen haben. Soll ich schon, dass man die schwarze Lippe gar nicht abspielt, aber was ist der jetzt? Ich starte jetzt bei der schwarzen Lippe. Gut, ich bin schon ein bisschen drin. Aber nicht warten. Okay. Ja. So war drin wieder. Bei uns kommt immer die Gemeindehackler frühstücken, oder? Ja. Und, ähm, sie sind halt recht nahm und, ja. Und jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ah, ja. Und der eine sagt so, irgendwie mit dreckig und so und so. Naja, ist ja wurscht, ob es ist widerlich, ja. Und der eine sagt so, ja, besser widerlich als wider nicht. Ja, es gibt Wechsel. Doppel, Wechsel, da muss ich bisschen was ein, also bei den Königlichen. Und der eine sagt so, ja. Doppel, ob ich da. Ja, ich bin's ein, das ist einmalig, aber ich bin's. Ich bin's noch nicht davon ab. Ich bin's noch nicht weiter. In mir, bis ich bin, ich bin's noch nicht mehr aufmerksam. Zeltik ist dem Sieg einfach näher der Zeit. Zeltik ist dem Sieg einfach. Sollte ich hier Zeltik unentschieden spielen müsste er halt Rapid verlieren glaube ich. Checken wir das nochmal. Ah nein müssen Sie nicht. Naja ich müsste Rapid verlieren. Sie dürfen keinen Punkt machen. Also müssen Sie verlieren. Ja probieren wir es meistens. Sollte. Oh. Oh. Manchmal guck mal vor. Ich habe da nicht so das Glück wie du manches Mal. Dass ich da so gut setze. Oh. 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 weiter okay stark weiter dann lass dich abbringen der hund Alter, echt jetzt? Oh, stark. Nein! Stark, Fastback. Alter. Stark! Das gibt's doch nicht, Alter. Starker Konter. Marcelo. Schön durchgesetzt da in der Mitte. Da sieht man die Mannschaft eigentlich fast nie, Alter. Und dann machen sie sowas. Nein, da scheiße ich echt drauf, Alter. Verstehst du? Da scheiße ich drauf. Puh! Alter! Alter! Hm... Haber da! Ciao. Aufmerksamkeit! Vielleicht lebt auch noch die Schuhe. aus jetzt war jetzt die stadt so sieht der punkt seit ein anderer selt sich wie noch letztes ist so beziehungsweise anfangs dieses Turniers. Ja, sie haben sich ein bisschen gesteigert.